Was mache ich denn jetzt? Ich will ihn ja nicht zerstören, den Arm. Ich versuche einfach es zu fangen, aber das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Ganz zu viel Energie. Meine Idee ist zu hoffen, dass Rankenheap so uneffektiv ist, dass es Glomanda nicht tötet. Fick dich, Emrecht! Oh mein Gott! Jetzt habe ich den Sound bei mir ausgemacht. Aber sowas von aus. Ich habe keinen Sound mehr. Achso, weil ich nicht mehr im Spiel bin. Jetzt habe ich wieder Sound. Emre, du bist so nutzlos, echt. Wo ist meine Leertaste? Das ist Demütigung. Ich laufe echt über eine halbe Stunde rum, um so ein Kackvieh zu finden. Und da haut Emel das mit einem Schlag tot. Das gibt es nicht. Nee, das regt mich jetzt echt auf. Emel, das trage ich dir ewig nach. Hi, Anti-Heldin. Ah. Ich bin echt eine halbe Stunde rumgelaufen. Es kommt beim ersten Versuch jetzt so ein Drecks Glomanda. Ich will das weiter schwächen. Volltreffer. Tot. Ok, danke. Schicksal. Das war's für heute.